Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutelah und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und heute soll ich euch heute so einen kleinen Transmog Guide präsentieren. Wir wollen uns wieder ein tolles Rückenteil hier aus Maldraxxus angucken, wie ich auch schon hier eins trage. Da habe ich ja schon ein kleines Video zugemacht zu den Flügelchen. Heute geht es aber um ein anderes und zwar hier um dieses hier, marktloser Eindämmungsrucksack. Es schimpft sich das und dieses können wir über eine Quest bekommen. Und die Quest wiederum, da müssen wir erstmal einen Drop von einem Rare holen. Wo fängt das Ganze an? Und zwar befinden wir uns einmal hier in Maldraxxus auf den Koordinaten 59, 73. Und hier ist dieses Becken und das schimpft sich, gucken wir mal, Reservoir der gemischten Monstrositäten genau. Und hier können wir ja verschiedene Schleime reinschmeißen, sobald wir die vor Quest gebastelt haben. Und mit den Kombinationen an Schleimen können wir verschiedene Mobs beschwören. Wir brauchen jetzt einen Rare und der schimpft sich öliger Infanibrat. Das ist der hier ganz unten und dafür brauchen wir gleich viele gelbe, blaue und rote Mischungen. Und wie wir das machen, ist eigentlich relativ einfach. Also hier haben wir das Becken, man sieht hier auch wie viel drin ist. Bei 30 wird der Mob beschworen. Wir müssen quasi 10 gelbe reinschmeißen, 10 blaue und 10 rote. Ich denke mal, der eine oder andere wird die Quest hier schon gemacht haben. Man muss hier einfach die Mobs hier umhauen. Hier laufen blaue, rote, gelbe rum, umhauen, die droppen so einen Pool und dann kann man das Zeug looten und da reinbringen. Das machen alle Spieler gleichzeitig hier. Und wenn man diesen Öli Infanibrat machen will, ihr seht gerade, der holt eins, schmeißt es rein, geht hoch, dann sollte man eine Gruppe aufmachen. Ich habe für diesen Rucksack, das hier gefarmt, über, glaube ich, zwei Monate, habe den jeden Tag x-mal beschwört und dann bei dem Öli Infanibrat ein Item gedroppt bekommen. Und zwar sehen wir das hier auch nochmal, wenn wir über das Handynode Shadowlands Around drüber fahren. Hier Öli Infanibrat ganz unten droppt er einen geborgenen Eindämmungsrucksack. Das ist ein kosmetisches Item und das beginnt die Quest. Unter anderem kann das Viech auch ein Pad droppen und das Pad ist bei mir immer noch so 100k auf dem Server wert, also dafür wird es sich auch schon mal lohnen, das zu farmen. Das Ding hat etwa eine einprozentige Drop Chance, also unser kosmetisches Item und sobald wir das gedroppt haben, können wir eine Quest beginnen. Wie funktioniert das bei der Quest? Und zwar haben wir jetzt eine Quest, wo wir sehr viel machen müssen. Wir müssen nämlich alle möglichen Schleime unboxen. Und die sind überall in Shadowlands und da zeige ich euch jetzt mal hier einmal die Map über WoW Head. Da werde ich euch das Ganze auch nochmal verlinken, falls ihr euch das in Ruhe nochmal anschauen wollt. Und dann guckt mal einmal, welche Rares wir brauchen, beziehungsweise welche Mops wir brauchen. Also, wir brauchen einmal den Urzeitschlick und den haben wir hier unten, hier in Revendrest auf den Koordinaten 37, 31. Dann brauchen wir verfestigte Asche, die ist auch in Revendrest hier unten bei den Koordinaten 25, 55. Dann schalten wir mal um. Dann müssen wir einmal in solchen Sturz rein und den Endboss in solchen Sturz umhauen. Übrigens, ich war in einem 14er Key, hab den umgehauen, es hat nicht gezählt. Dann hab ich nochmal angemeldet, bin HC gegangen und da hat es gezählt. Also, anscheinend in Mythic Plus zählt es nicht. Ich dachte, ich laufe extra mit meinen eigenen Key, um das zu machen. Ja, Pustekuchen, Mythic Plus funktioniert nicht. Schon mal als kleiner Hinweis. Dann haben wir hier im Schlund noch einen Mob und zwar Heilendes Elend. Der ist hier eigentlich komplett in diesem Seelenfluss drin, also hier komplett, ich sag jetzt mal einen Chord 29, 37, aber hier wirklich überall zu finden. Und dann haben wir noch einige in Maldraxxus. Und zwar haben wir hier konstruierter Schlamm auf den Koordinaten 26, 29. Dann haben wir Blubberblut, das ist ein Rare, auf den Koordinaten 52, 53 in Maldraxxus. Dann haben wir Blubberndes Skelett oder wie heißt Blubberndes Skelerose, so rum, auf den Koordinaten 52, 48. Und dann haben wir hier instabiler Glibber auf den Koordinaten 70, 72. Und, warte mal, ich glaub, die in der Bastion hab ich vergessen, hier. Und zwar nekrotischer Tropfen auf den Koordinaten 38, 52. Wobei, nein, die waren, glaube ich, die wurden hier falsch angezeigt. Da musste man, glaube ich, den Teleport nehmen und musste die hier drüben umhauen, meine ich. Da drüben hab ich die, glaube ich, umgehauen, also nicht hier unten, oder? Ne, doch, hier hab ich einen umgehauen. Ich wollte den Teleporter benutzen. Ich glaub, hier unten hab ich mal einen gefunden, in etwa, also ein Ticken weiter runterlaufen. Und den letzten, blubbernde Reinheit, der ist hier auf den Koordinaten 57, 77. Und hier auf WoW Head könnt ihr die auch nochmal alle nachschauen, falls euch das jetzt zu schnell war. So hab sie mir ich auch rausgesucht. So, wenn wir das alles gemacht haben und alle Mobs geholt haben und auch einmal im Dungeon waren, können wir das Ganze abgeben gehen. Und dann gibt's hier den Umhang, das machen wir jetzt mal. Zack, haben wir ihn auch gelernt. Und, können wir gleich mal einsetzen und dann zeige ich euch, wie das Ding heißt. Oder wie das Ding aussieht, heißt, hab ich euch schon gezeigt hier. Marklose Eindämmungsrucksack. Und ja, das ist auf jeden Fall ein ganz schickes Teil. So ähnlich ist ja das Item von Blubberblut auch. Bloß von der Farbgestaltung, glaube ich, ein Ticken anders. Ich muss jetzt mal kurz gucken, ob wir's rausholen können. Genau, das war das von Blubberblut, das hatte ich euch schon gezeigt. Das ist halt hier so ein bisschen Kupferfarben, hätte ich jetzt mal gesagt. Und der vom Öli Infanibrat ist eher schwarz gehalten, aber vom Grundmodel natürlich das gleiche Item. Gut, damit sind wir tatsächlich auch schon durch mit dem kleinen Transmog Guide. Ich hoffe, der ein oder andere konnte da mal was anfangen. Ich drück euch die Daumen. Wenn ihr das hier farmen wollt, dann braucht ihr auf jeden Fall Sitzfleisch. Wie gesagt, ich hab sehr viele Trice hier gebraucht. Und den Mob zu beschwören ist ziemlich ätzend, weil man am besten auch immer eine Gruppe für braucht. Und alleine ist nämlich nicht unmöglich, aber es ist auf jeden Fall wesentlich aufwendiger, den alleine zu beschwören. Gut, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Ich drück euch die Daumen, dass ihr ein bisschen mehr Glück als ich habt und das schneller bekommt. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder beim nächsten Transmog Guide. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Vielen Dank.